So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Also, tja, der letzte Part wurde leider abgebrochen. Meine Festplatte war voll und ich, blödmann, hab's nicht mitbekommen. Aber keine Angst, ihr habt nicht viel verpasst. Ich hab hier weiter ein bisschen rumgebuddelt und rumgehackt und war dabei gerade hier, also, die Deckenparkette hab ich jetzt komplett und wollte jetzt mit dem Boden weitermachen. Warum ich das Schwert in der Hand hab, keine Ahnung. So. Ich hab ziemlich miese Frems. Zwölf. Zehner, hallo. Mal schauen, wie sich das entwickelt. So. Oh, das ruppelt ziemlich. Und die Kühe sind da. Muuu. Das ist ganz übel gerade. Ganz, ganz übel. Hm, hm. Und da ist ne Kuh baden gegangen. So, also prinzipiell. Weiß gar nicht, wie viel Holz hab ich denn noch. Das Eisen noch wegholen. Oh. Ist aber reichlich. Schön. Holz. Ja, na klar, haben wir noch Holz. Also, ich hab ne Weile nicht aufgenommen. Das heißt, ich kann mich jetzt nur noch dran erinnern, dass ich das Ding hier ausbauen wollte. Ob ich noch was anderes vorhatte, keine Ahnung, müsste ich mal in dem Video schauen, ob ich da was gesagt hab. Auf jeden Fall hol ich mir die Kohle hier raus. Damdi-dam, zack, 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 und draußen ist er. Sack, zack, 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 zack. So, wenn ich mal in dem Video zugeleining bin, geht's mal so. Drei. Wale nicht, ne? Wale nicht. Fisch. Was hat es zu machen. Schwere, wale nicht. Und das ist das Ding. Wie vor uns ist es hinterher Da habe ich mich. Das, will ich das Ding vor mir vor. Na, das ruckelt ganz schön. So. Hm. Passt mir eigentlich gar nicht. Das ist schon ziemlich extrem, finde ich. Oh. Hatte ich noch eine Hacke? Natürlich nicht. Oho. Shit. Aber ich habe irgendwo die Leiter. Oho, wo ist meine Leiter? Wo ist denn diese blöde Leiter? Ah, hier. Ja, ja. So, damit ich sie wieder finde. Und abwärts. 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 Na, rüsst du mich? So, ein paar Stickies. So. Ein paar Stickies. Schon ziemlich voll beladen, muss ich mal sagen. Hm. Oh. Oh. Nee, Leute. Das ruckelt mir zu sehr. Da muss ich doch unterbrechen. Gut, der Rechner ist schon eine Weile an, aber das ist doch eigentlich, das darf nicht passieren. Okay. Bis später. Und wieder zurück. Gut, eine große Verbesserung ist nicht zu sehen, aber ich hoffe, das läuft jetzt ein bisschen runder für mich. Probieren wir es einfach mal ab nach oben. Oh. Das ist doch eine, ich will es nicht sagen. Ja, ja. Besser als die Forms, die ich vorher hatte. Egal. Wir machen weiter mit dem langweiligen Ausbau. Alles schön mitnehmen. Sehr schön. Zack, zack, zack. Alles meins. Zack. Zack, zack. Passt. So, dann sind die hier dran. Dumm, di dumm, di dumm. Dann jetzt noch hier vorne. Dann ist der Boden auch fertig. Yeah. So. Herrlich. Ja, herrlich. Gut. Aber wir sind leider Gottes noch nicht fertig, denn jetzt kommen erst mal die Wände. Und die Kohle. Her damit. Alles meins, 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 meins. Na. Was denn jetzt? Man, 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 die Fames sind doch manchmal richtig. Äh. 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 Vielen Dank.